Seid gegrüßt Freunde, hier ist euer LP Ray, wieder mit Sonic Adventure 2 Battle und wir sind an der Duck Story. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir nochmal waren, aber das werden wir jetzt sehen. Uh, schon okay. Ah, wir müssten jetzt den Fuchs suchen, weil er bisher gesagt hat, Tails. Und, das ist eine schöne, ja. Web, wir fahren mal wieder mit dem Auto. Das von Rouge lässt sich so ein bisschen, ja, schlechter denken. Mein Gott, und die hat eine gemeinere Strecke. Das sind solche Baulöwen. Haben die wohl so ihren High, ihren Highway nicht so gut geplant, muss ich mal sagen. Japp. Ja, und die Kurve, und die Kurve, und, ne, und da ist ein Auto. Das nehmen wir nicht mit. Wir nehmen keinen Anhalter mit. Ah, ne, da fahr ich nicht hoch. Das ist nämlich ein Trick, da fällt man nämlich schon runter. Oh mein Gott. Ich fahr da so schlecht, ich glaub. Ja. Oh, 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 oh. Ah. Das war ein schöner Zusammenfall. Richtig, mit Schmuggles. Oh. Ja, du Taxi. Das ist eine schöne Kurve. Da nehmen wir alles mit. Alles mit geht. Ah. So war das richtig gemein hier. Und schon wieder so eine Baulücke hier. Die sollen mal ihre Highways, oh fuck. Entschuldigung. Die Highways mal besser bauen. Ah. Mein Gott, ein rotes Auto. Das rote Auto war nennt man ein einziges Problem. Nee, du bleibst hier. Bleib hier, du. Ich krieg dich. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Komm her. Nee, ich lass es. Ich hatte nicht eine Erinnerung, dass es so heftig war. Und das schwarze Auto fliegt im hohen Bomek. Also wo hat die fahren gelernt? Also woher kriegt man so ein Auto her? Alles wo Fragen, wenn man sich das stellen kann. Ach, noch ein Boost. Äh. Okay, wir sind jetzt scheinbar... Mein Gott, das Auto ist verschwunden. Okay, Bugsboy. Sobald ich dich am Himmel sehe, werde ich den Boost benutzen. Ist der Pixel, wo ist der Pixel, wo ist der? Da ist er. Hab ihn. Und Tails ist da irgendwie orange. Keine Ahnung, was er da genommen hat. Richtig knall orange. Oh, die Nare. Äh, ich hätte nicht mitgerechnet. So als Krotten schlecht, wie ich gefahren bin. Nee, der Wand mitgenommen. Ping-Pong. Ja. Äh, das hatten wir doch schon irgendwie. Egal. Äh. Achso, ja. Okay, das ist eine schöne Mission. Ich habe einmal, glaube ich, einen Neustart in Werte, weil ich mir hier eine Fähigkeit hole. Da? Hören wir mal so. Ah, Shadow. Egal, man muss auf dem glücklichen Weg. Und danach die Mission nochmal neu starten werde, weil für die Fähigkeit muss ich so oder so einen Umweg gehen. Äh, wie war das nochmal? Ähm, genau. Irgendwann muss ich da hochkommen zu dem. Ähm. Nee, zudem komme ich mit hoch. Ich warte es nochmal. Ähm. Ich komme euch jetzt von hier oben nochmal um. Äh. Wie komme ich jetzt zu euch? Ähm. Ich kann es ja mal auf die Mentor versuchen. Ha, hab's doch. Ich glaube, das war zwar nicht der regulärer Weg, aber... Aber da haben's. So, jetzt haben wir eine spezielle Fähigkeit. Ja. Und jetzt werde ich erstmal neu starten. So, ich wusste doch, dass die hier hinwurst. Und jetzt machen wir mal ernst. Eins, zwei, und warten müssen. Nein. Verdammt. Zack, zack. Einmal. Eins, zwei, drei. Wow. Shadow. Bring mich nicht um. Ah, da ist Leben. Wow. Ähm. Das war jetzt irgendwie ungewollt. Nein. Och. Jetzt habe ich es einmal versiebt und jetzt habe ich schon Rhythmus raus. Nicht mehr raus. Wegen dem Deppen da. So. Kackte. Kinderkacke. So. Ähm. Ähm. Nicht runterfallen, Entschuldigung. Och. Langsam kriege ich echt... Kriege ich was mit mir los heute. Ich bin motiviert oder irritiert. Hä? Shadow. Abspringen. Ist das doch ein Begriff? Och, kack. Keine Ahnung. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Scheinbar. Ach, egal. Muss weitergehen. Boah. Ich bewege mich mal. Und 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 und. Naja. Ich hoffe, es ist nicht so schlecht. Ich habe es ein bisschen versiebt. Ei, ei, ei. Ach, geht noch. Ja, alles, weil ich zweimal runtergefallen bin. Hat Zeit gekostet. Das erste Mal wusste ich nur nicht mal was. Im zweiten Mal okay. Na, da fliegt Tails. Oh, da hinten ist Pumpkin Marken. Ja, okay. Wie sieht es zeitmäßig aus, Uwe? Ich muss mal gucken, was der Mission jetzt gleich folgt. Hi. Bombs, den kennen wir doch. Den haben wir als letztes fertig gemacht. So ungefähr hier schneiden sich die Storys jetzt wieder. Bombs, der macht es nicht so leicht und ich musste so einen Kampf hinlegen. Das ist ja richtig gemein. Okay, es scheint so, als müssten wir jetzt diese Maschine fertig machen. Ja. Ja. Packe ich die? Packe ich die nicht? Ich versuch's. Aua. Böde Maschine. Ich versuch's mal ganz schön auf die... Pff, Pff. Machen wir das jetzt auf die Tour? Packe ist das... See ya!